Ja klar, es war eine tolle Kulisse und ein gutes Spiel von uns, wo wir irgendwo auch Effektivität gefunden haben nach dem zwei Pfosten und Latte-Kracher in den ersten zehn Minuten. Aber ein Gegner, der ganz genau weiß, was zu tun ist in dieser Liga, die sehr kompakt, sehr geduldig unterwegs sind, aber brutal gefährlich bei jedem Standard, bei jedem Umschaltmoment musst du richtig aufpassen. Die geben dir oft mal ein bisschen Ball und diese Initiative, die man oft täuscht, dass man Ball hat und ein bisschen nach links und rechts spielt. Und einmal, wenn du nicht aufpasst, dann ist es schon zu spät. Also auch mit sehr viel Qualität, mit sehr viel individueller Qualität. Die Spieler, es ist schon bekannt, dass die auch mal höher gespielt haben, dass man da richtig aufpassen muss, weil jede Kleinigkeit können die schon echt bestrafen.